Seit Anfang 2014 sind wir Kunde bei der LYNX und haben ein Unternehmen gesucht, welches unser Product Information Management System wartet und supporten kann. Die Zusammenarbeit mit der LYNX war und ist immer noch sehr gut. Ich glaube auch, dass neben den Fachkompetenzen das Thema, das Zwischenmenschliche eine sehr wichtige Rolle ist und das funktioniert einfach und wenn ich eben sehe, dass die LYNX unsere Anforderungen immer gut verstanden haben, weiß ich, dass ich auf die LYNX auch zählen kann, wenn die Projekte gestartet sind oder auch so, wenn irgendwas ist. Die Weiterentwicklung unseres PIM-Systems ist mir sehr gut in Änderung geblieben. Dieses Projekt hatte einige technische Hürden und war auch sehr anspruchsvoll, welche wir aber im Endeffekt auch zusammen sehr gut gemeistert haben und das Projekt jetzt auch erfolgreich absolviert wurde. Der Unterschied zwischen der LYNX und anderen Marktbegleitern ist der, dass sie sehr individuell auf den Kunden eingehen und sehr agil agieren und ich eben auch weiß, dass wenn wir eben entsprechend kommunizieren oder irgendwas ist, dass das Projekt, so wie es auch geplant wird, auch so abgeliefert wird. Da habe ich auch leider schon andere Erfahrungen gehabt. Die Herausforderung in Zukunft ist, glaube ich, die, dass man das Thema Kosten und Projektplanung, Budgetierung weiter im Griff bekommt und einfach eine Transparenz hier reinbringt. Und da wäre es super, wenn die LYNX uns auch die entsprechenden Tools zur Hand gibt, dass man in den Projektphasen auch wirklich in die Kosten einen Überblick bekommt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!